Heute die achte Nacht der Tracht. Entschuldige. Was? Heute? Heute die neunte Nacht der Tracht. Heute die neunte Nacht der Tracht, ja. Wir haben schon den Überblick verloren, wie oft sie stattgefunden hat. Wir freuen uns auf einen herrlichen Abend im Löwenbräukeller. Mit Barfuß, wahnsinnsbeend. Vorher die Kirchdorfer. Ihr sind Folklore- und Trafengruppe. Dann haben wir noch den DJ Kofi Förster. Eine riesen Disco im Benno-Saal. Und morgen haben wir Viewing mit Champions League. Und wir gehen natürlich davon aus, dass MC Bayern ein Treppelmann. Wir freuen uns wahnsinnig auf den Abend heute im Löwenbräukeller. Wird sicher super, wie jedes Jahr. Ich glaube, es ist eine Taufelbewegung. Der Wesen des Wiesen wirds und es ist mal wieder ein Sieg für Philippothek. Meine Güte. Also. Herr Jungstanz. Bitte. Ich würde sagen, jeder hat seine Frische. Ich würde sagen, jeder hat seine Frische.